Das ist eine falsche Annahme. Die Ski gehen viel leichter und besser zum Drehen, wenn sie gewachsen sind. Das ist schön und die Schneelage ist der Unterschied. Die Schneelage ist ein anderer Schnee, Frühjahrschnee. Frühjahrschnee kann aber auch die Ski so präpariert werden, dass die Ski genau so schnell gehen wie Wind.